Sie hören Ankommen. Aber wo war ich eigentlich? Von Bülent Ceylan. Unter Mitarbeit von Astrid Herbold. Gelesen vom Autor. Das bin ja ich. Ein Hörbuch des Argon-Verlags. Vorbemerkung. Uf, Bosse. Auf 68 Quadratmetern. Meine Frau reißt zu Hause ständig die Fenster auf. Sie mag frische Luft und kann es nicht leiden, wenn es nach gestern riecht, wie sie sagt. Ich mache Fenster lieber zu. Mir zieht es schnell. Das habe ich vor meinem Vater, Ahmed Turan Ceylan, vom Beruf Betonmischerfahrer. Er konnte es im Wohnzimmer spüren, wenn im Bad das Fenster auch nur einen Spalt gekippt war. Wobei ich dazu sagen muss, dass unser Bad und unser Wohnzimmer nicht sehr weit auseinander lagen. 68 Quadratmeter groß war die Etagenwohnung im Mannheimer Stadtteil Waldhof, in der ich mit meinen Eltern und meinen drei älteren Geschwistern lebte. Zu sechst wohnten wir dort allerdings nicht lange. Meine zwei größeren Geschwister, Angela und Fritz, zogen schon bald nach meiner Geburt aus. Der Altersunterschied zwischen mir und meiner ältesten Schwester beträgt 16 Jahre. Jedenfalls konnte mein Vater feinste Luftzüge immer und überall spüren. Ich merks am Nacken, klagte er, merkwürdig. Er war einerseits total empfindlich, andererseits hart im Nehmen. Er arbeitete viele Stunden täglich schwer, sorgte finanziell für unsere Großfamilie, wurde nie krank. Wenn ihn doch mal ein Krippala-Infekt erwischte, legte er sich einen Tag lang ins Bett. Frau, hol Decken! Rief er meiner Mutter matt zu. Dann schwitzte er unter dem Deckenberg, bis ihm die Brühe runterlief. Am nächsten Morgen stand er wieder auf. Ich gehe jetzt arbeiten! Das war mein Vater. Einmal im Jahr legte er in einem Topf Gemüse ein. Das kannte er als Ritual aus dem türkischen Internat, das er in den 50er Jahren besucht hatte. Vielleicht machte er irgendwas falsch. Jedenfalls schwamm obendrauf bald eine dicke Schimmelschicht. Meine Mutter fand das so eklig, dass mein Vater seine undefinierbare Pampe nur im Keller aufbewahren durfte. Ab und zu ging er runter, schob den Schimmel zur Seite und holte sich eine Portion von dem labbrigen Gemüse. Ich esse das jetzt! Nein, das wird nicht gegessen, protestierte meine Mutter. Doch, das hättet ab! Und dann schaufelte er das Zeug tapfer in sich hinein. Ansonsten pflegte er lustigerweise vor allem typisch deutsche Männerhobbys. In seiner Freizeit ging mein Vater kegeln oder spielte Skat, selbstverständlich als ordentliches Vereinsmitglied. Ich durfte als Kind oft mitkegeln. Manchmal fuhr ich sogar mit auf Kegelklubreisen. Zwar machten mich die langen Männerabende als kleiner Junge ziemlich müde, aber ich mochte die besondere Atmosphäre. Das Fachsimpel nach dem Spiel über gelungene und weniger gelungene Würfe. Diese lauten, gut gelaunten Runden. Alle anderen Männer im Verein waren Deutsche. Nur mein Vater war Türke. Er wurde von allen Turan genannt. Vielleicht klang sein zweiter Vorname in den deutschen Ohren besser als Ahmed. Mein Zweitname ist ebenfalls Turan. Die dunklen Augen und die schwarzen Haare habe ich allerdings von meiner Mutter geerbt. Mein Vater war hellhäutig und blauäugig. Das nur nebenbei. Stichwort Schubladendenken. Mein Vater hat sich über solche Zuschreibungen Zeit seines Lebens wenig Gedanken gemacht. Er fühlte sich von seinen Freunden akzeptiert, hatte, so erinnere ich es jedenfalls, nie das Gefühl, dass es in seinem Umfeld ihm gegenüber rassistische Vorurteile gab. Turan sprach ganz gut Deutsch, wenn auch teilweise grammatisch, fehlerhaft und mit Akzent. Auch die Artikel machten ihm gelegentlich zu schaffen. Trotzdem fiel es Fremden manchmal erst nach einigen Sätzen auf, dass er kein Muttersprachler war. Deutschland war wirklich seine Heimat geworden. Und oft hat mein Vater gesagt, er könne sich nicht mehr vorstellen, in der Türkei zu leben. Von seinem Geburtsland hat er sich über die Jahrzehnte innerlich immer weiter entfernt. Trotzdem liebte er die Tradition, die Musik, das Essen. Meine Mutter kochte ihm zuliebe regelmäßig türkische Gerichte. Aber natürlich gab es in Hildes Küche auch weiterhin Nudeln und Sonntagsbraten. Meine Geschwister Angela und Fritz waren schon Teenager. Meine Schwester Anja war vier Jahre alt, als der neue türkische Mann zur Familie dazu stieß. Meine Mutter war da bereits von dem ersten Mann geschieden.